Hey Leute, ganz kleines Infovideo. Die Leute die jetzt möchten und die ich jetzt gerade genannt habe, dürfen jetzt online kommen, wenn sie bei dem Abonnenten-Ranker-Team dabei sein möchten. Das wäre erstens Freak, TheChuckNorris99, Champion87 und ShadowBlue. Bei dir, Threename, ich weiß nicht was mit dir los ist, du nimmst einfach die Einladung nicht an. Ja, keine Ahnung. Und bei 05242MDPD, da ist das ja so, dass du ja leider nicht kannst. Naja, es gibt ja noch mehrere Tage, an denen ich das mache und für alle anderen, die jetzt noch nicht dabei sind oder so, ich mache das noch öfters und ja, morgen nochmal und übermorgen auch nochmal. Also, wenn ihr jetzt Bock habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr jetzt online kommen würdet und dann... Ne, das war jetzt blöd gesagt. Okay, sagen wir einfach so, mit den Leuten würde ich jetzt zocken und ich würde dann mal hoffen, dass ihr dann so jetzt in der nächsten Zeit online kommt. Ja, dann, bis gleich. Tschüss.